24 Tim gönn dir weiß ich ja ich kenne ich kenne ihn ich kenne ihn aber nur von weil er bieferte mit meinem freund muss die haft wir gucken wir gucken einmal rein okay das lied heißt gönn dir heute schon scheiße an was geht daran nicht hallo was ist das denn digga ob ich der bin von bling bling ja safe ich bin es war schon immer 24 Tim man was gucken wir uns hier an ich bin was ist das was das für ein verstörendes video ich habe mit allem gerechnet aber nicht dass man so eine angst bekommen ich habe ganz ehrlich dieses bild erinnert mich mehr an den horrorfilm oder so als würde ich mir grad einen horrorfilm angucken es gibt mir richtige horrorfilm vibes ach so ja ich habe noch nichts zum lied also das lief finde ich auch bisher scheiße nicht nur dass wir also das lief finde ich auch scheiße bisher kommt nicht klar auf meine kurven anfang 20 und so halb 1 2 es wäre vorbei aber du findest mich heimlich geil das video kriegt von mir eine 5 von 10 weil es ist schon gut verstörend also im positiven sinne hat er auf jeden fall hinbekommen das lied kriegt von mir eine glatte 0 von 10 bis jetzt ich sag ganz ehrlich es werden ihn wahrscheinlich viele haten er sich wie eine frau anzieht und so weiter aber ich finde er sieht so viel schlimmer aus als frau finde ich sieht er besser aus ich dir trotzdem deine bildschirr auf ernst guckt euch das an so jetzt haben wir es übersprungen weil es zu kurz war jetzt habe ich mir eine frau nochmal angehört ich hab's gewusst von anfang an ist nicht dein business wenn ich wirklich klau ich dir trotzdem deine bitches wigs und make up high heels voll mit glitzer sorry wenn dich das gerade trigger baby hasta la vista bin ich sicher wenn ich aus dem haus gehe nicht allein hab jetzt securities dabei denn auf instagram hab ich schon zwei millionen geklagt bald sind es toll kommst nicht klar auf meine kurven kommst nicht klar auf meine... komm ehrlich nicht klar auf die kurven likes bekommst mich los mit einem swipe doch du findest... aber krass wie viel schminke machen kann ne also jetzt zum beispiel weiß nicht wenn man glaube ich eine andere wenn man zur richtigen stelle stoppt hier und dann nur sein gesicht sehen würde und man ihn nicht kennen würde ich würde glauben das ist eine frau und sie sieht sogar gut aus die frau sieht sogar gut aus dass die aber die stelle ist am verstörendsten mit dem komischen anzug mal ab gemacht und der booty macht lapp am beim, also gönn dir man ah, ah, ah ich hab's gewusst vom anfang an oh, ah, ah ah, ah ah, ah ah, ah, ah ah, ah, ah ah, ah ich hab's gewusst von anfang an Oh, ich dachte, es ist vorbei Ich dachte, es ist vorbei Oh, Mann Jetzt habe ich unnötig geklatscht In meinem Laden kann hier jeder sein, wie er will Merk dir doch mal bitte Und für dich, du kannst die Puppe behalten Geht aufs Haus, gönn dir Okay, ja, war okay Hätte schlimmer sein können Hätte schlimmer sein können, Real Talk Und sogar mit blonden Haaren sah er sogar gut aus